Die heutige Geschichte Trägt den Titel Das Wunder des Schreibens Und nun überzogen dunkle Wolken das Land der Schatten mit noch mehr Düsternis Ha! Das nenne ich einmal ein gelungenes Ende für meine Geschichte Freute sich Sandra über den Abschluss ihres neuesten Werks Und klopfte zufrieden auf die Schreibtischplatte Sandra liebte es, Geschichten zu erzählen Sie war bekannter für die gruseligsten Storys im ganzen Land Zu erdichten Hunderte Leser kuschelten sich angsterfüllt in ihre Bettdecken Und opferten die letzten paar Nerven Die ihnen der Tagesverlauf noch gelassen hatte Sandras Leser wussten, was sie bekamen Und sie gierten bereits nach dem neuesten Schocker aus ihrer Schreibwerkstatt Nun war das neueste Werk vollendet Und wieder beschlich Sandra das Gefühl, irgendetwas verbessern zu können Hm, in ihrem Kopf formten sich Gedanken wie Gibt's nicht schon genug Angst auf der Welt? Hm, und diese Gedanken machten Sandra traurig Denn sie wusste, dass sie keineswegs falsch waren Als die Gedanken bemerkten, dass Sandra ihnen Gehör schenkte Was keinesfalls selbstverständlich war Begann sich ein Bild in ihrem Kopf zu formen Hm, eine Blume blüht auf einer Wiese Und in der Ferne kommt ein Riese Das ist ein großer, starker Riese Ob er mich sieht hier auf der Wiese? Ich bin doch nur klein Wenn der auf mich tritt, das wär gemein Denkt sich da das Blümelein Unsere Blüme, Blume, ist ganz bange Da berührt der Riese sanft der Blume Wange Du schenkst ein Lächeln einem Riesen Dann bist du ein besonderes Wesen Brauchst dich nicht vor mir zu schrecken Dich auch nie im Gras verstecken Wer an mich mit einem Lächeln denkt Der wird vom Leben reich beschenkt Sagt der Riese Ich ziehe jetzt weiter meiner Wege Und werde darauf achten Dass ich niemals auf dich trete Da dankte die Blume dem Riesen sehr Vorbei ist diese Meer Und auf der Wiese im Sonnenschein Da freut sich das kleine Blümelein Hm Jetzt fühlte sich Sandra auf einmal sehr wohl Bei diesem Gedanken Und sie begann die Geschichte sofort niederzuschreiben Und als sie die Geschichte vom achtsamen Riesen beendet hatte Wusste sie zuerst nicht, ob ihre Leser eine solche Geschichte mögen würden Doch wie es sich herausstellte Waren ihre Sorgen unbegründet Die Geschichte vom achtsamen Riesen wurde ihr größter Erfolg Sie erntete von groß und klein ein dankbares Lächeln Weil sie das Leben ihrer Leser bereichert hatte Nach einiger Zeit saß Sandra wieder An ihrem Schreibtisch und begann eine neue Geschichte Man braucht mehr Mut zum Lieben als zum Hassen Doch soll man das Leben darum lassen? Waren ihre Sorgen